Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es für die Gaming-Infektion. Lasst euch einen Daumen hoch, dann haltest du meine Freunde, WhatsApp und Instagram, warte, dass ihr unterwegs seid. Genau. Wie ihr sehen könnt, schwimmen wir jetzt erstmal eine Runde. Die bleiben mit mir jetzt die ganze Zeit mal in diesem Video im UFO. Und gucken mal, wie viele Ticklitz wir gaffern können. Legen wir auch direkt mal los. Ich will unbedingt ein Jackpot. Geht direkt gut los, Leute, oder? So. Aber bitte, okay, 143. So, sorry, Leute. Komm schon nochmal. Nochmal irgendwie. Ja, bin zufrieden. Ja, ich bin 100 mit diesem Punkt. Mit diesem Ticket zufrieden. Eine Kuh hole ich mir später, aber jetzt war ich mal das da. Ja. Misty. Umt schon. Kopf schlecht. Uhg. usehgut. Ohhhhhhh. Komm schon Leute drück mir mal die Daumen, drück mir dein Like. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 nur und hier ehrlich weil ich kann es immer schon von der Ticket machen ja gut war nix nochmal jawohl nächste Runde geschafft jetzt gehe ich doch mal hier hin die Frage ist was macht die Oma eigentlich hier wird hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke, jetzt habe ich gleich keine Tickets mehr, wenn ich weiter so ran rumwillen mache. Jawoll, zweimal 500 Tickets. Ich will jetzt gucken, wie wir jetzt nochmal gemacht haben, zweimal 500. Oh yeah. Da geht trotzdem noch mehr. Da geht mehr. Da gehen wir gleich mal ran. Warte mal, will ich hier eine Runde spielen? Weil ich irgendwie nicht verstehe irgendwie. Also ich verstehe es schon, aber irgendwie das ist mega Betrug. Guck mal, ich mache es so. Ich denke mal jetzt. Oh, ein Gamecredit habe ich jetzt noch. Genau. Null Tickets. Nio. Junge, warum kann ich so schnell retten? Direkt mal hier ran. Oh, mein PC wird zwar so ultra länger, aber egal. Ich brauche erst diese 100 da. Boah, wie es laggt schon, aber das ist leider bei dem Ding so. noch einmal. Noch einmal ein bisschen, dann mache ich dort ein bisschen. Es lohnt sich ja echt jetzt. Ohne Witz. Und einen Bonus direkt bekommen. Komm schon Leute, drück mir mal die Daumen. Jawoll. Jetzt auch hier so ein bisschen rausdrücken. Da lacht doch was. Oh, yes. Noch ein paar Meierungen, da haben wir schon so viele gute Tickets. Jetzt. Ey, das lohnt sich ja mega. Ohne Witz sogar jetzt. Das lohnt sich jetzt mega. Ey, komm schon Leute. Drück mir noch mal die Daumen. Drück mir noch einmal die Daumen. Drück mir noch einmal die Daumen. Drück unbedingt den, 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 dein Like unbedingt. Drück den. Da fällt's. Oh, da haben wir schon unsere 500. Komm schon. Oh, ich. Wie die ganzen Dinger da einmal runterfallen. Oh, ich. Wie die ganzen Dinger da einmal runterfallen. Oh, ich hab noch mal kein Treads dazu bekommen. Bitte einmal noch diese 100, das wär nice. Hä, ich dachte nochmal. Aber ich hab ja schon wieder extra credits dazugekommen. Witze. Fällt irgendwas eng und es muss wieder einmal runterfallen. Okay, das ist wirklich jetzt. Ende. Reicht jetzt wirklich. Ey, wir haben jetzt aber gute Punkte gemacht, Leute. Sehr gut sogar. Boah. Wie haben wir gemacht? Wie haben wir gemacht? Wie haben wir gemacht? Oh, oh, oh. 866. Boah, das ist viel. Ich bin echt zufrieden. Also komm, holen wir uns den Preis heute ab. Ey, ich möchte so ein Ufo. Ich hab hier mit so... Alter. Das hat sich ja mega mal gelohnt. Und ich hab sogar noch genügend Geld. Alter, dann könnte ich mir jetzt irgendwas noch was kaufen. Alter, ich könnte jetzt... Guck mal hier so... Guck mal hier so ein Automat. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, der kommt bald hinzu. Hier ist eine Booster-Stelle. Und das war's, komm mit mir. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein kleines Video gefallen. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Euer GameStar. Haut rein. Ciao.